Das ist der Große, der ist groß, ne? Mit 15, 1,90 Meter. Ja, es ist zwangsläufig ein bisschen verrückt. Er ist sehr, sehr jung, aber seine körperliche Konstitution ist außergewöhnlich. Und ja, wir haben uns entschieden. Sein Gesamtpaket ist spannend. Alles Weitere sollten wir in aller Ruhe betrachten. Wenn du im Prinzip den Besten der Welt an deiner Seite hast, dann wissen wir alle, dass Vorbild Wirkung letztendlich in Wort, aber auch Tat immer Wirkungen hinterlässt. Und natürlich ist das auch eine Überlegung, dass er genau schauen kann, wie gewisse Abläufe, wie sein Auftreten auch ist. Und zwangsläufig, egal ob von Christian der Manu das Vorbild ist, aber sein Verhalten wird vorbildhaft sein für ihn. Und ja, das ist schon auch eine kleine Überlegung gewesen. Herr Unterteid